Benutzen Sie eine angemessene Ausrüstung, um den Backofen zu Ihrem Montageort zu bringen. Öffnen Sie die Verpackungsfolie, indem Sie mit einem Messer entlang der Verpackungssäcken schneiden. Die Verpackung ist einfach zu entfernen. In dem Backraum finden Sie die Montageanweisung und die Einbauschrauben. Nehmen Sie sich Zeit, um diese Montageanweisung zu lesen, damit Sie die Reihenfolge der Montage verstehen. Nehmen Sie das Anschlusskabel und legen Sie es in die Nische. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen den elektrischen Anschluss ausführen. Der Backofen sollte von zwei Personen in die Nische gehoben werden, um sicherzustellen, dass das Produkt oder das Möbel nicht beschädigt wird. Schieben Sie den Backofen in die Mitte der Nische. Für den nächsten Schritt brauchen Sie die zwei beiliegenden Schrauben und einen Schraubenzieher. Während Sie den Backofen in der Mittelposition halten, öffnen Sie vorsichtig die Türe. Montieren Sie den Backofen mit den zwei Schrauben. Stellen Sie sicher, dass der Backofen fest montiert ist. Um den Backofen in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zuerst die Sprache und die Tageszeit einstellen. Die Montage ist jetzt fertiggestellt und das Produkt ist bereit für den Kunden.